saft machen saft tschüss lenny tschüss lenny lenny lock dich mal weiß ich nicht aus lock dich mal da hinten auf dem berg aus dem alten feld ich glaube das ist sicherer oder einfach auf dem baum ja weil es kann passieren wenn wir weiter zocken dass einfach mal die ganze ebene komplett weg ist oder anders ist kann sich einiges verändern ein hobbo gobläden komisch warum hast du ein chest hat auf ich will den haben muss ich dich dafür töten eigentlich nicht mystical black flower mystical blue flower hast aber viel gefunden ne von werkzeug ja kühe 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 ich komme ich schlachte euch ich kann ein hühnchen mit einem ei abwerfen äh soll ich mal eine smash verhasen neues smackcam flash soll ich eine smashy bauen äh wenn du das material hast sicher tschüss lenny sind wir noch mit grout oder haben die jetzt auch fans sooo jetzt machen wir unseren zweiten backpack sooo noch ein backpack der holt sich backpacks und ich hab noch nicht mal nix ich hab gar nix brauche platz brauche platz sooo äh stellen wir mal alle ausgänge aus sooo und zack ähm da haben wir fleisch drin da haben wir fleisch so ähm kohle zack einer mit dann braten wir mal ein bisschen ach jetzt weißt warum dich auch diese fledermausse detect hat das ist keine normale fledermaus ne boah die war zu schnell deswegen hab ich das nicht wirklich gesehen creeper dax ich kann gleich noch ein backpack machen wenn ich so weiter die kühlschlacht teleport creeper ich krieg hier nix mit davon der fledermaus stirb pferd stirb 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 cool was komischerweise alles vorher geleert oder hat irgendeiner meine turtle geleert ne gar nicht okay die war leert ich bin weitsch weitsch weg und sag noch schreck dick schreck so äh hab ich noch backpack nummer drei toll hab mal langeweile da würde ich gesagt dass ich sofort wieder zurückkomme hab mal langeweile dude ach mädel okay sechs minuten strom haben wir noch so äh na gut musst du erst so lassen sechs minuten strom alles gut da geh ich schon bis zum holz hacken hab ich schon eine axt zwei t ähm das war's das tue ich dann hier irgendwie ne jetzt ist es schon wieder dunkel was denn ne pdf ähm hallo hört ihr mich? ja bin ich leise? nö okay irgendwas du bist grad bei mir rumgepackt keine ahnung äh flash wieviel hunger hast du? ich habe vier hunger habe aber noch ein brot und vier karotten äh eigentlich wollte ich grad fragen ob du mal gucken kannst wieviel es einen saft gibt aber naja so das jetzt jetzt äh ja dust ja in der truhe rein oder so dann äh hier nimm einfach nur einen mit oder ja dann gib mir einen mit stirb stirb weil da kann man auch strom machen okay das geht sogar mit dem survival generator, Eisen und einem Ofen und ein bisschen Wirtstorm naja aber mit welchem denn? culinary generator achso ja der kann ja alles fast ich glaub der gibt sogar relativ gut strom cool 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 der hat echt mal aufhören die zombies zu kehren ja auf wem der macht auf jeden fall fleisch das weiß ich ja ja der macht auch meinen so sicher? ja zami ich stehe es weißt du durch? was? sagt er dir das? da nein das hab ich ein ziemlich mehr ausprobiert wirklich verspack wir brauchen unbedingt baumwoll oder so wir brauchen unbedingt betten betten? ja ich hab schon eine wolle ich guck mal wie weit unsere baumwolle hier ist so zwei stücke wachsen ähm so die blühbaumwolle irgendwo naja du 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 lass uns mal spinnen jagen gehen ja ich muss das intelligenteste was man jetzt machen kann ich wollte jetzt eigentlich äh oh nein wie süß ein endermine oh nein wie schnell oh wie süß ein endermine oh nein wie schnell das ding aber es hat eine endermine geschluckt für mich boah so ein soft halt zweieinhalb ok wirklich viel bringt das nicht obwohl besser als eine normale beere ja das ist echt so besser als eine einfache beere nein hab ich meinen back runter geworfen ok das ist eigentlich voll krass dafür wie viel wir davon haben du brauchst ja nicht viel machen du brauchst eigentlich nur die beeren rechts klicken oder ein inventar machen ja einfach die beeren ins inventar machen und dann halt mit dem juicer craften und dann nutzt dich auch nicht mehr das ist voll krass dann ist das doch voll lukativ geht das nur mit den wasperries ne ne das geht halt mit allen beeren es geht auch mit karotten und so ja alles was du saft machen kannst hä zählen das auch wegen saftsack ja du hast gesagt alles was man aus saft machen kann da vorne sind spinnen hab ich noch nen schwert geh mal runter ein bisschen regnen wir brauchen noch unseren eigenen Luftschutzbunker angry zombies ne verpiss dich wo ist die spinne ist die oben es gibt nen schlafsack ok der ist auch irgendwo die ist unten ok toll wäre ja braucht ja jeder nen schlafsack die die Oh, wir können doch nicht mal ein Bett bauen, ey. Hallo Creeper! Das ist mies, ne? Ja. Gibt es irgendwie weh, gibt es auch so mit Knotten das Zeug? Kann man Knotten mit Knochen mehr wachsen lassen? Sollte. Ich glaub nicht. Ich weiß es aber nicht. Hab ich. Genau. Hallo Spinne! Stirb Spinne! Aber dann können wir auch Skelette jagen gehen. Boah. Ich hab mir Open Hexagon Musik wieder reingemacht. Ja, lange nicht mehr gehört, ne? Du bist Crank, Junge. Oh, hier ist Mossy, also Maustone hier, okay. Cool. Oh, hier ist dieses olle Gebet mit diesem, äh, Puzzle. Ein Feld mit einer Arschkarre. Arschkarre, ja. Arschrakete, so rum. Bist ne Arschrakete? Ich hab Schaffe gefunden! Tjaaa. Und ein Speed Creeper. Tötet sich. Wollt ihr einfach die Schaffe töten? Ist überhaupt der Mod drauf? Nee. Wollte ich nicht sagen, oder? Vielleicht? Weichen? Ja, wegen Schlafen. Weiß ich nicht. Sollte aber. Ich glaub, die Musik ist zu laut. Ich glaub, die Musik ist zu laut. Was bist du denn da? Da ist irgendwas, was ein Monster, was einen Namen unter sich auf dem Gritar hat. What? Ja, die gibt's. Das sind unsere Special Mobs. Special Mobs, follow. Kann ich das doch töten? Ich möchte nicht von nem Paul Knight getötet werden. Und von dem da auch ne? Ach, ne. Mein Knight Rider. Hi, wer bist du denn? Ich hab grad zwei Stück. Hier ist auch einer. Und sterb halt. Wir sind kacke. Weil die vier verdammt schnell sind. Und dann.